Liebe Lynn, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Du bist innerhalb kürzester Zeit zu meiner besten Freundin geworden. Aber eigentlich warst du sogar mehr als das. Sina, ich muss pissen. Die Tür war schon zu. Ja, zwei Minuten. Ich will nie kurz meine Haare machen. Noa, bitte. Du kannst in zehn Sekunden pinkeln. Noa, raus jetzt. Ich wünschte gerade echt, Jonas hätte mich gestern nicht auf den Post gebracht. Das ist so scheiße von Lynn. Wie sie Danny und sich als Traumpaar abfeiert. Ist ja schön, dass es ihr in Leipzig so gut geht. Aber muss sie das aller Welt so unter die Nase reiben? Als hätte sie mit Berlin und vor allem uns so einfach komplett abgeschlossen. Egal. Das tut echt weh. Konstant. Sina, kannst du kurz bitte kommen? Was ist denn? Was gibt's? Du bist ja meine beste Schwester der Welt. Und ich wollte dich fragen... Das ist nicht Marion. Ich wollte dich fragen, du gehst ja heute Abend zur Party. Und ich wollte fragen, ob du mich vielleicht mitnehmen kannst. Weil ich bin der... Was ist das? Ja, ich räum das schon später weg. Die Socke war nicht absichtlich dort. Was nochmal? Ich wollte mal fragen, ob ich mit zur Party kommen kann heute Abend. Die Party ist für die Oberstufe und du gehörst nicht zur Oberstufe, also nein. Ja, aber ihr wolltet es ja auch finanzieren und desto mehr Leute, desto mehr Geld habt ihr dann am Ende und ein Kollege von mir... Aber Noah, ich hab auch keinen Bock auf dich den ganzen Abend aufzupassen, weil du nicht mit Alkohol umgehen kannst. Du musst nicht auf mich aufpassen, ein Kollege von mir ist auch mit dabei, dein Bruder hat ihn auch eingeladen. Ja, das ist mir egal, ich kann nicht mitnehmen. Ich hab ein bisschen Taschen gehabt bekommen und... Regeln sind Regeln, ich kann dich nicht mitnehmen. Also bitte lass mich in Ruhe spielen mit deinen Freunden, deinem Computer oder was auch immer. Du hast deinen Tag oder so? Vorsicht! Ich geb dich gleich, ich hab meine Tage. Kiddies! Ja, warum bist du denn immer so zufrieden? Hey! Viel zu früh für seine Quatsch, ich geh ins Bad. Ich muss jetzt pissen, man. Sine hat mich auch nicht als erstes gelassen. Aber ich muss auch pissen. Ich war gestern so gern dabei gelesen, wie einfach meine Mom den Tömmis angekackt hat, weil er mich ja nicht auf die Party lassen wollte. Das wär selbst so lustig. Ja, natürlich wär's lustig gewesen. Ah, ich hab gute Neuigkeiten. Die Party spricht hier schon rum. Echt jetzt? Unsere Schule spricht darüber, ne andere Schule spricht darüber und wisst ihr, was das heißt? Ungeladene Gäste. Aber die Kohle bringt. Ja, viele Gäste. Oh Gott, stimmt. Die bringen Kohle. Das ist gut. Sorry. Sina? Ah, ich versteh schon. Sinas Kopf ist nämlich gerade schon, was? Partymodus. Achso, du bist schon, okay. Ich zeig dir, wie die Bälle geht, okay? Und dann geht's weiter. Leute, ich hab einfach schlecht geschlafen und das Gefühl, ich werd krank. Oh, scheiße. Okay, aber kannst du das vielleicht verschieben nach der Party? Krank zu werden? Geht das? Ja, klar. Ich verschieb einfach mein Krankwerden. Stell's dir das vor? Terminkalender. Oder irgendwie so, zum Beispiel. Aber das ist aber scheiße. Du weißt schon, du kannst nicht fehlen. Wir haben die Party gegründet und deswegen muss jeder dabei sein. Gegründet. Ja, wir sind halt so wie die Eltern. Das ist unser... Unser Baby. Ja, die Party ist unser Baby. Und außerdem musst du am Ticket zwei sein. Um wie viel Uhr? Wenn ich krank bin, bin ich krank. Von 21 Uhr ist 22 Uhr die richtige Antwort gewesen. Aber nah dran. Aber ist ich ja krank? Oder... Weil du wirkst einfach nicht so wirklich euphorisch. Kann ich kurz mit Sina runter... Ja, klar. Willst du das? Ich geh nicht, wenn du nicht Ja sagst. Amelie. Ist das ein Ja? Das war ein Ja. Okay, mein... Was? Hat aber jetzt nichts mit dem Post von Lynn zu tun, dass du jetzt auf einmal krank bist. Nein, das geht mir einfach nicht gut. Und ich hab nicht gut geschlafen. Sicher. Kannst du mich damit in Ruhe lassen? Ey, ich frag ja nicht. Lynn hat ihr Leben in Leipzig, das geht mir nichts an. Das ist mir auch egal. Okay. Okay. Dann... Ich geh noch auf den Klo. Ich hab einfach keinen Bock auf diese Party. Lynn und ihr Post haben mir einfach mega die Laune versaut. Die anderen werden auch ohne mich klarkommen. Hey. Hi. Na? Was machst du jetzt? Ich dachte, ich bring dir ein bisschen was vorbei, damit du wieder gesund wirst. Wie in der Suppe. Und so als kleines Dankeschön dafür, dass du dich gestern so für mich eingesetzt hast. Weil fast sie... Das war schon mehr deine Mutter als ich, aber... Na ja, trotzdem, auf jeden Fall, äh, danke, danke dir. Und ich wollte auch noch mal, ja, mit dir reden, weil ich hab irgendwie das Gefühl, seit dem, seit dem Post mit Lynn und Danny und der ganzen Sache, dass sie jetzt abgehauen ist, bist du irgendwie ein bisschen anders. Das ist halt einfach scheiße, wenn deine beste Freundin einfach so abhaut, ohne dir Bescheid zu sagen. Ja, schon, aber irgendwie hab ich das Gefühl, da ist vielleicht noch mehr dahinter. Wie meinst du das? Ist deiner, oder? Ich hab ihn gelesen und, äh, sorry erstmal, aber, ja, was da drin steht, du musst gar nicht sagen. Es ist okay, wenn du nicht darüber reden willst, aber ich will dir einfach nur sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt mit Lynn und dass sie jetzt weg ist und dass das alles scheiße ist und Liebeskummer und, äh, so ne, so ne Sachen. Aber, was ich eigentlich sagen will, ist, scheiß auf sie, so sie ist weg und jetzt hier im Bett zu hocken und nichts zu machen, bringt sie auch nicht wieder zurück. Und wir würden uns freuen, wenn du heute Abend mitkommst und wir ein bisschen zusammen feiern können, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen saufen. Ich überleg's mir, okay? Okay. Dann, äh, ja, sonst hast du ja Hühnersuppe, Vitamine. Ja, danke. Ciao. Liebe Lynn, ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Du bist innerhalb kürzester Zeit zu meiner besten Freundin geworden. Aber eigentlich warst du sogar mehr als das. Mann, Sina, ich find voll cool, dass du dich mitmachst. Ja, ich war heute Morgen ja auch ein bisschen unfair zu dir. Aber bitte benimm dich, ich hab keine Lust, mich wieder um dich zu kümmern. Ich versprochen, ich werd mich benehmen. Na, dann hab ganz viel Spaß. Du auch. Hallo. Natürlich, das war ganz geil. Ihr macht das, ihr macht das, ja? Ja. Fühl sich bitte raus. Du bist hier. Sag, Digga, wie kam's dazu? Das ist meine Schule. Jonas hat sich darüber zu machen, dass ich ganz schön kümmern kann. Weird, alles klar? Nein, um Gottes Willen, Amelie, nein. Großartig, Medikament. Ich kann voll für gesund sein, find ich toll. Sina, kurze Frage, was macht dein kleiner Bruder hier? Er ist viel zu jung dafür. Ja, er ist zu jung dafür, aber er macht Party und ich hab's immer laut. Magst du Bier? Ja. Dann darfst du kommen. Aber vorsichtig. Was ist das für ein Weg? Ich hab dich lieb. Komm, wir saufen Bier miteinander. Clara? Hallo. Du hältst dich von den Fernen, okay? Ja, Single oder vergeben? Ähm, genau das wollte ich hören. Single? Single oder vergeben? Vergeben. Wie Spaß euch, ne? Danke, danke. Hey, Anna, darf ich auch noch Olo sagen? Ja, endlich. Endlich. Schön, dass du gekommen bist, trotz aller DM-Wing-Fahren und so. Ich mein, ohne dich wär ich nicht hier. Danke, dass du mich überredet hast und dass du mir Medikamenten vorbeigemotet hast. Ey, kein Problem. So macht man das doch unter Freuden. Ja. Na dann, rein. Oh, hallo. Äh, ja. Single oder vergeben? Ähm, ja, safe. Blau. Bisschen was zu trinken an die Bar? Hast du eigentlich schon was schon mal drin? Single oder Brot? Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Wir machen erst mal eine Routine. Ich zeig's dir. Hey, sieh mal was, was soll es so... weinst du? Was, ist alles okay? Das war's lieb von mir und mir. Oh Mann, ich dachte wir wollten halt nicht an sie denken. Das wollte ich auch gar nicht, aber man muss ausgerechnet das lieb noch. Das war so, wenn wir in die Häuser gezogen sind oder abends zusammen im Bett. Das hat man mich immer voll an sie und jetzt... Ich weiß nicht, wie ich das anfühle. Das ist eine Scheiße. Es ist auch schade, dass sie nicht hier ist, aber... Ach Mann. Sie hat mich verknallt in sie und sie ist in Leipzig und lebt ihr Leben. Ich will doch einfach nur das nicht tun. Jetzt traurig zu sein bringt doch auch nichts. Oh Mann. Ey, das wird schon egal. Und wenn du hier chillen magst, dann chillen wir einfach hier so lange, wie du brauchst. Dann kommen wir später wieder rüber oder wenn du hier bleiben magst, ist auch okay. Oh Mann. Oh Mann. Ich traurig zu sein. Das wird schon egal. Das wird schon wieder ein bisschen besser, oder? Ja. Hat einfach... Gibt's gar nichts mehr auszusprechen, was ich will. Versteh ich voll. Und ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Wird wahrscheinlich bei mir auch noch eine Weile dauern, bis ich das wieder komplett vergessen habe mit Linden, aber... Ey, das ist ganz normal. So. Danke, dass du für mich da warst. Ey, wirklich kein Problem. Wir sind doch Freunde. Und ich meine, wir können das ja vielleicht wie so einen kleinen Neuanfang sehen nach den ganzen Sachen, die passiert sind. Also, freundschaftlicher Neuanfang. Oder, naja, vielleicht F plus oder so. Nein, war ein Spaß. Ich war Kontakt. Nein. Das haben wir ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Lassen wir das. Okay, dann halt nur Freunde. Nur Freunde. Nice. Geil. Sollen wir wieder rüber? Ey, immer noch Stimmung. Ja, Moin. Hallo. Wo warst du denn? Alles gut? Wir waren kurz. Braucht kurz. Okay, aber wollen wir jetzt wieder vielleicht ein bisschen dancen? Ähm, Sina, ich habe schlechte Nachrichten. Irgendein Dunkkopf hat deinen kleinen Bruder abgefüllt. Oh. Ich schon wieder. Ich war es nicht. Ja, ey. Keine Ahnung, wer. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er ist weg. Äh, kann ich euch noch kurz sagen, dass ich... Hä? Ich bin mega froh, dass ich euch hab. So als meine Freunde. Ich weiß nicht, was ich unheuerlich machen würde. No. Oh mein Gott. Wir lieben dich auch. Ja. Aber weißt du, wie wir dich noch nicht mehr lieben? Jetzt muss ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Nein. Ach, das ist das. Ich kann eh schon. So als mein Bruder jetzt ein bisschen schenken. Das ist mein... Ich mach das. Ich mach das. Wir können unsere Mitarbeiter nicht bezahlen. Was werden die machen? Kündigen. Wir würden dann das Matrix veräußern und einen neuen Eigentümer suchen. Wir sind doch Arsch, Toni. Wir haben diese Pleite. Das Matrix hat einen neuen Besitzer. Ja, rein? Jetzt dachte ich, da der interessant doch abgesprungen ist von meiner Wohnung, dass ihr vielleicht doch nochmal die Chance hättet, vielleicht doch noch die Wohnung zu haben, wenn ihr möchtet. Ey, was für eine Wohnung, ey. Wir reißen uns hier den Arsch auf. Das ist auch unser Zuhause hier. Und das wollen wir verlassen für eine Scheiß-Spießerwohnung. Wo ist unser Buch? Simone ist eine Friseurmeisterin. Das bedeutet nichts Gutes. Für die Kundin tut's mir zwar leid, aber ey, irgendwas musste ich machen, um Simone loszuwerden. Der Moment der Wahrheit. Ich hab nachgedacht und ich muss mehr aus mein Leben machen. Was, oder? Business. Willst du grad die Flaschen um? Yes. Wir gehen zusammen zur Baumschule. Mit unseren Ächsen holen uns den schönsten Baum, den es da gibt und fällen ihn fürs Möllers. Was für das? Nein. Lauf, lauf, lauf. Nein. Ja. Nichts. Alles. Ein 지역. Es ist schön, das Kaafschule. Untertitelung des ZDF, 2020